Es werden mir nicht alle Verkehrsmittel, die bei meiner gewählten Verbindung fahren sollten, angezeigt. Woran liegt das? Sie haben bestimmte Verkehrsmittel unter Einstellungen innerhalb Ihrer Verbindungsabfrage deaktiviert. Dass etwas in den Einstellungen geändert wurde, erkennen Sie an dem Stift bei den drei Punkten für Einstellungen neben dem MVG-Logo. Tippen Sie darauf, können Sie unter Einstellungen wieder alle Verkehrsmittel aktivieren. Fertig. Nun werden Ihnen wieder alle Verkehrsmittel angezeigt.